Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, momentan traden wir bei ungefähr 23.000 US-Dollar. Wenig Veränderung im Chart, ganz im Gegenteil, wir haben sogar wieder ein höheres Tief hier. Wir sind bis auf ungefähr 22.500 US-Dollar heute Nacht nochmal gekommen. Gestern gab es wieder Gerüchte, dass auf Binance BTC gekauft werden. Wieder mit diesen 88.888.000. Hat sich bis jetzt noch nicht ausgespielt, trotzdem halte ich es immer noch für möglich, dass wir hier oben auf jeden Fall die 23.800 US-Dollar sehen. Wieso, weshalb, warum? Das schauen wir uns heute im Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Da habt ihr dann immer die neuesten Updates oder auch die neuesten Trade-Signale. Ich habe gestern nochmal, um so ein bisschen rauszuswitchen, nochmal so ein kleines Feedback dargelassen von meiner Seite, dass ich einfach momentan auf Limit-Orders nichts gebe. Es macht keinen Sinn. Wir haben gestern im Livestream, glaube ich, knapp eine Stunde darüber gesprochen, wo die Setups eingetroffen wären, wo sie nicht wären. Aber man muss halt auch zu dem Zeitpunkt auch am Chart sein. Und das ist so das Problem, was ich momentan mit Limit-Orders sehe. Deswegen von mir gestern so ein bisschen das Statement auch einerseits, nicht nur um mein Kapital zu schützen, sondern auch um euer Kapital zu schützen. Ich meine, ihr tradet es nach und dann habe ich auch die Verantwortung euch gegenüber, dass ich euch hier nicht jetzt immer wieder in Shorts reinhau. Und genau in der Stunde, wenn eigentlich der Short getriggert wäre, ist das Volumen so abnormal hoch und der Trend ist wieder intakt. Dann bringt das alles nichts. Da kann ich noch so viel Arbeit reinstecken in irgendwelche Setups. Wenn das Volumen in der Stunde exorbitant hoch ist, macht das keinen Sinn. Und deswegen gestern einfach nochmal dieses kleine Statement. Es kam gut an. Ich habe auch viel Feedback auch nochmal privat bekommen. Aber deswegen, ja, nur nochmal so ein kleines Ding von meiner Seite und jetzt genug Eigenwerbung gemacht. Momentan trailen wir ungefähr 23.000 US-Dollar. Wie gesagt, wir haben nochmal ein höheres Tief getroffen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben aber kein 4-Stunden-Close über diese 23.177 US-Dollar geschafft. Ein Stunden-Close war, wurden sofort wieder abverkauft. Aber im 4-Stunden-Chart gefällt mir das noch nicht so wirklich. Also da seht ihr immer diese Wicks nach oben über dieser gelben Linie. Das heißt, wir kriegen momentan kein richtiges höheres Hoch mehr rein, aber ein höheres Tief. Also das heißt für mich, grundsätzlich Struktur ist auf jeden Fall noch drinnen, weil wir kein tieferes Tief gebildet haben. So, und jetzt haben wir gestern auch darüber gesprochen, wir machen mal ganz kurz die Linie weg, dass wir noch so ein kleines Golden Pocket haben. Und das ziehen wir uns jetzt auch mal hier ganz kurz von unserem Low zu unserem High. Und da wird es jetzt interessant werden, wie wir hier oben die Reaktion bei den 23.300 US-Dollar sehen. Kriegen wir hier eine Gegenreaktion, ist das für mich eher so ein Anzeichen, okay, wir bilden ein tieferes Hoch, Struktur ist jetzt endgültig gebrochen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir haben halt hier noch diesen Wick bei den 23.800 US-Dollar. Da ist eine Menge Volumen drin. Da haben wir gestern auch ausführlich darüber gesprochen, dass es einfach wichtig ist, oder beziehungsweise die Möglichkeit ist, dass wir hier immer noch in Richtung 24.600 US-Dollar bis sogar 25.200 US-Dollar hochballern, weil hier oben eben noch eine Menge Liquidität liegt. Es wäre nicht verwerflich für die ganze Struktur, sollten wir hier einfach nochmal hochkommen. Deswegen ist weiterhin noch kein Short geplant. Ich werde mir die Reaktion hier oben bei den 23.800 genauer angucken. Sollte hier gar kein Volumen drin sein, sollten wir einfach nur die Hochs abgreifen. Sollte hier ein 4-Stunden-Close unter diesem Hoch sein, ist es für mich eine klarere Short-Tendenz. Aber, Prämisse, Volumen muss passen. Deswegen wird es noch kein Setup geben. Behalte das mal ein bisschen im Kopf. Das werde ich dann gegebenenfalls noch in der Gruppe posten. Aber mir ist momentan, Limit-Order, das habe ich ja gestern ausführlich gesagt, einfach momentan das Risiko zu hoch, dass ihr hier ausgestoppt werdet und ich natürlich auch. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich der Markt so ein bisschen strukturiert. Von dem FIP-Level wäre natürlich auch das 1.618 hier oben bei dem 24.6. Also es passt ganz gut zu unserem nächsten grünen Kasten. Weil wenn wir auf den Daily Chart dann auch nochmal ganz kurz blicken, da oben ist halt einfach nochmal die lächste Liquiditätszone. Da hat sich einfach nochmal viel angesammelt, wo wir hier nach oben gestiegen sind mit dieser Barber-Stay-Vergions, da nach unten gekracht sind. Also die Chance ist da, dass wir im Endeffekt so ziemlich so ein Klein-Format, was wir hier drüben hatten, dann auch hier oben sehen. Das heißt Abverkauf, Abverkauf in klein, nächster Impuls nach oben, nächster Impuls nach oben und dann nochmal dieses kleine Schleich nach oben, um die Hochs abzugreifen. Das wäre dann hier oben der Fall und dann eben nach unten. Und dann eben irgendwann ein höheres Tiefzubilden bei ungefähr, ich sage jetzt mal weiterhin 18 bis 19 K. Das ist weiterhin das übergeordnete Ziel mit Zwischenstopp hier die 21.6. Trotzdem würde ich eher nach Longs Aussicht halten, weil die Zahlen gestern auch nicht so schlecht waren. Trotzdem nächste Woche ist fett Zinsentscheid. Wir haben Inflationsdaten nächste Woche, als er kommt. Eine Menge News für uns rein, auf die wir dann natürlich auch achten müssen oder im Livestream auf jeden Fall besprechen. Aber wie gesagt, momentan würde ich erst nochmal die Finger von irgendwelchen Shorts lassen. Wir blicken mal ganz kurz auf den Traders-Reality-Indikator, was der für uns so ein bisschen parat hält. Da hat sich über die ganze Woche kaum was geändert. Die Psy-Range hält die ganze Woche auch ungewöhnlich. Normalerweise sehen wir immer Richtung Montag, Dienstag ein Breakout. Aber wir traden hier weiterhin drin. Wir haben Fakeout nach oben hingesehen, sofort wieder abverkauft. Spricht für mich grundsätzlich für Short. Aber das Volumen hier oben ist einfach zu hoch. Jetzt sagt ihr, okay, Bing X hat jetzt aber nicht so viel Volumen. Ja, kein Ding. Wir gleichen aber die Charts immer durch Zufälligkeit nochmal ein bisschen mit Binance ab. Und da seht ihr so den Fahrplan, den wir gestern so ein bisschen besprochen haben. Da ist das Volumen deutlich höher als in dieser gesamten Phase, die wir hier drüben hatten. Also das ist schon, da liegt eine Menge. Und Binance ist der Maßstab. Daran müsst ihr euch immer orientieren. Auch wenn ihr bei Bybit tradet oder was weiß ich, wo auch immer ihr tradet, ist es wichtig, dass es immer nochmal mit Binance vergleicht. Weil hier einfach das Volumen liegt. Natürlich auch mit Coinbase, wie ihr das möchtet. Aber das ist für mich momentan so einfach der Fahrplan. Halten wir uns da drüber mit Close? Ist es Bullish? Halten wir uns nicht mit einem Bullish Close da drunter. Ist es eindeutig short orientiert und wir sehen mindestens die 21,6. Und da müssen wir gucken, wie die Reaktion da unten ist an dem Vektor hier. Die 21,5, 21,6. Ansonsten PsyRange hält weiterhin für mich trotzdem eher Short Potenzial da. Aber momentan einfach ohne Setup, weil es einfach keinen Sinn macht, euch hier in irgendwelche Limitpositionen reinzustecken. Die Struktur kann perfekt sein. Das haben wir in den letzten Tagen immer wieder gesehen. Guckt euch einfach mal das Rearn Finance Video an. Da ist zum Beispiel ein perfekter Short. Da war das Volumen miserabel nach dem neuen Hoch und dann ging es runter. So möchte ich das sehen. Und in den restlichen Altcoin-Videos haben wir immer wieder darüber gesprochen. Ja, da ist eine Short-Möglichkeit. Ja, und dann war aber das Volumen exorbitant hoch. So wie jetzt bei Beinen zum Beispiel hier mit dem Short. Da gehe ich das Risiko nicht ein. Und das muss uns einfach bewusst sein. Und da habe ich auch die Verantwortung euch gegenüber. Gut, genug wieder ausgeholt. Wie gesagt, jetzt mal gucken, wie hier das Golden Pocket reagiert. Ansonsten ist das hoch das nächste Ziel. Die 23,8. Und dann bis maximal 25,2. Gut, Blick rüber zu Ethereum. Hier hat es perfekt gezählt, was wir gestern besprochen haben. Ab ins Golden Pocket hier rüber. Haben wir gestern darüber gesprochen. Stop-Loss unter 0,786. Also der hat gut gezogen. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. War halt auch wieder über Nacht. Short-Volumen ist hier reingekommen. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall nochmal Luft. Bis ungefähr, ich sage es mal, 1.592. Also wer da vielleicht ein bisschen was mitgenommen hat, freut mich für euch. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie sich das hier weiter ausbildet zumindest. Es war schon mal gut. Aber man sieht hier einfach wieder, dass die Liquidationsgefahr bei Ethereum deutlich stärker ist. Auch hier wieder diese krasse Liquidations-Candle. Ein bisschen tiefer, aber 0,786 hat gepasst. Golden Pocket bestätigt und jetzt nach oben. Jetzt wird es aber auch hier wichtig, ein höheres hochzubilden. Und das ist jetzt so der nächste Fahrplan. Dann müssen wir mindestens hier die 1.606 durchbrechen, wenn nicht sogar die 1.611 und dann natürlich auch diesen Downtrend, den wir hier oben vorliegen haben, auch nach oben hindurchbrechen. Das sind so die nächsten Ziele. Ich glaube auch hier weiterhin, dass wir die hoch abgreifen werden. Und jetzt lohnt sich nochmal der Blick auf den Daily-Time-Film, weil da haben wir gestern auch perfekte Beispiele dafür gesehen. So, wir haben die Ineffizienz hier oben bei den 1.678 durchbrochen oder beziehungsweise angetestet Liquidations raus. So, jetzt haben wir aber hier nochmal einen großen Bereich, wo sich die nächste Volumensammlung im Endeffekt nur darauf wartet, hier oben abgeholt zu werden. Das heißt, nächster Short für mich persönlich momentan erst hier oben bei den 1.804 geplant, um dann möglicherweise hier oben in der 1-Tages-Supply, also Daily-Supply hier oben, dann in Stop-Loss irgendwo reinzusetzen. Also vorher würde ich auch hier über keinen Short nachdenken, weil das Risk viel, viel zu hoch ist. Wenn ihr hier 6-8% Risk eingehen wollt, persönlich ist es mir zu hoch, weil auch mit einem Dreierhebel bist du hier 24-25% los und das mache ich nicht. Für mich 3% max und dann auch hier oben mit zwei Orders arbeiten und ansonsten, wie gesagt, Daily-mäßig, Daily-Bearish-Divergence, aber ziemlich Konsolidierung, also wirklich kein Abverkaufsdruck. Wir bilden auch kein Higher, also kein Lower-Low momentan, die Struktur ist weiterhin intakt. Wir haben eine Hidden-Bullish-Divergence hier im 4-Stunden-Chart gehabt. Also auch hier, momentan spricht hier noch nichts für Short, wir müssen wirklich die Struktur ein bisschen abwarten. Was sich hier jetzt noch ein bisschen ergibt, das Golden Pocket hat gehalten, spricht weiterhin für einen Aufwärtstrend in diesem minimalen Abwärtstrend. Aber gut, es ist momentan keine Short-Zeit, da müssen wir einfach einsehen und keine Ahnung, wer das hier mitgenommen hat, würde ich jetzt auch schon Stop-Loss-Envy machen und einfach mal ein bisschen Profite nehmen, weil das Risiko zu hoch ist, einfach momentan hier längerfristige Trades offen zu haben und die Reaktion aus dem Golden Pocket war da. Mehr wollen wir eigentlich im Endeffekt gar nicht sehen. Gut, damit würde ich sagen, hören wir uns später noch zum XRP-Update. Ansonsten kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe, wenn ihr Bock auf Update habt oder auf normale Setups. Wie gesagt, kommt jetzt ein bisschen kurzfristiger immer die Setups, aber kann ich momentan nichts ändern, man muss auch die Setups ein bisschen in der Marktlage anpassen. Aber gut, dann war es das von meiner Seite, wir hören uns dann später zum XRP-Update. Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.